Und trifft er jetzt hier mit der Linken, schickt ihn zu Boden für den einstimmigen Sieger nach Punkten und den neuen NFC-Champion im Federgewicht, Merz Yildirim. Ich hab's euch gesagt, Mann, der hat was mir gehört. Mainz! Und ich weiß schon, der Einzige, der da in Frage kommt. Max Koga, wir erwarten dich in Balingen. Ich hab es letztes Jahr versprochen. 2022 hol ich diesen Gürtel zurück an meine Hüfte. Ich spring ihn zurück ins Spirit. Und das ist der Plan. Merk, kurier dich aus. Wir treffen uns im Dezember. Die Leute wollen eins sehen. Werd ich nochmal Champion oder schickt er mich in die Rente? Ist dir bewusst, dass ich das schicke? Ich bin mir nicht nur bewusst, sondern ich möchte das tun. Und das ist wirklich das Ziel. Für mich spielt alles, was danach kommt, überhaupt keine Rolle. Es gibt nur diesen Kampf. Es gibt nur diesen Kampf. Und er hat sich die Reste von Koga. Mad Max! Kaaaaaar! Kaaaaaar! Was geht ab Frankfurt? Stell dich auf jeden Fall auf die härteste Version von mir ein. Denn es geht für mich um alles. Auf Balingen! Merz! Er hat einen richtig dreckigen Merz. Einen, der dir zeigt, dass du wirklich mithalten musst. Du willst einen schmutzigen Kampf und kein Kämpfer ist dreckiger wie ich. Ich habe richtig Bock drauf, es dreckig werden zu lassen. Dass wir uns zusammenschlagen, dass wir Cuts haben, dass wir Bluten am besten fallen. Und am Ende steht dann der Stärkere. Ich bin ein Freund von vorzeitig und ich mache alles dafür, um vorzeitig dieses Ding behalten zu können. Egal wie. Max Koga stoppt vor Hamid Krabelsi in der zweiten Runde. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass er in diesem Ring aufgeht. Ich will ihn aufessen da drin. Dass man jede Runde merkt, dass er keinen Bock mehr hat. Er hat keinen Bock, aber ist irgendwie noch ein bisschen zu stolz, um irgendwie aufzugeben. Das möchte ich nur zeigen. Ich sterbe in diesem Cage. Ich lasse alles da. Und ich höre nicht auf. Ich höre nicht auf. Ich höre nicht auf.